Wer von ihnen kennt die Girlgroup Atomic Kitten noch? Eine der drei hübschen Britinnen ist Jenny Frost. Doch die hat jetzt während ihrer Comeback-Tour weniger mit ihrem Gesang, dafür mehr mit ihren weiblichen Reizen für Aufsehen gesorgt. Während einer Comeback-Show unterläuft der 39-Jährigen nämlich ein heißer Fauxpas. Während sie zu ihrem Song hin- und herwippt, macht sich nämlich plötzlich ihr Dekolleté selbstständig. Für ein paar Sekunden zeigt der Popstar, wenn auch ungewollt, was sie hat. Doch Profi wie sie ist, lässt sich die Blondine davon nicht aus der Fassung bringen, ganz nach dem Motto The Show Must Go On. Zwar ist es ihr peinlich, aber nachdem sie ihr Kleid mit dem sehr tiefen Ausschnitt wieder zurechtgezogen hat, geht es für sie und das Publikum ganz normal weiter. Zumindest die männlichen Fans sind danach jedenfalls gleich doppelt zufriedengestellt.